Moin moin liebe Leute wir starten jetzt die Mission die ich euch versprochen habe ich hoffe diesmal haben wir kein Fail die letzten beiden Missionen die waren nicht ganz so gut wie erhofft die letzte ist sogar komplett gescheitert also die vorletzte habe ich natürlich geschafft aber trotzdem ich weiß nicht das ist ein bisschen entweder ist ein Buggy oder was auch immer aber was soll ich machen manchmal ist das halt so auf jeden Fall genau ich werde jetzt das ist jetzt die letzte Mission die ich so normal spiele die ich mit euch durchspielen werde und genau danach werde ich nur noch die Hauptmission machen weil da gibt es auch ein bisschen Zwischensequenzen die können wir uns angucken die sind richtig nice das wollte ich so mal sagen so nebenbei wenn wir hier alle starten dann habe ich hier direkt ein zwei okay wenn ich unten starten dann ist das voll weit weg okay Primo du wirst hier sein wir warten wir sind alle hier so wo ist denn der wir sind alle hier okay wir starten mit gegenangriff jetzt so Runde beenden ja er will jetzt reingehen und das beschützen kann er gerne versuchen so vernichte die Sachen so wie wäre noch mal sehr gut alle haben wachsamkeit das heißt sobald er einen Fehler macht ist er tot ein totes Mann Hidalgo er kann nicht so viel machen aber wir verstecken uns schon mal hier okay der ist da der versteckt sich da hinten der hat Flattern bekommen und dann Gojones äh Reyes nicht und dann Papi Papi Chulo so jetzt kommt gleich Primo und der macht dann De lo por se De lo por seguro De lo por seguro 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 So der ist hier Oh hier sind zwei Leute oi 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 Ay caramba beide haben aber viel Kraft das heißt Tututut Ah no ich habe eine Idee Allá Allá Komm 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 schon wenn ihr euch traut Okay die verstecken sich alle das sehr gut weil ich kann gleich mit allen mit allen etwas starten weil ich ja diese Spächtfähigkeit habe natürlich müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen so kann ich mit Primo dieses Ziel treffen ne aber er ist einer jetzt nur noch hier wo ist denn der andere Typ jetzt warte mal ein achso die beide sind hier so wir machen das so Primo ist ja Boss der geht einfach mal jetzt hier so ich könnte beide so treffen ich könnte aber auch eine Granate wird äh ja das ist nicht ne ja das bringt jetzt nichts okay aber ey ich habe beiden vier Schaden hinzugefugt hinzugefugt äh ja das ist gut komm der ist tot Bruder ja man so geht ein Boss voran man voran wir gehen direkt wo ist das Teil er holt sich direkt das Teil so vernichtet die Beweise let's continue haben wir noch ein zwei drei vier Leute so Primo wir verstecken uns hier wir starten ich mache jetzt vieles mit Primo einfach durch weil wenn es geht geht es wenn nicht dann so nachladen natürlich das wäre schlau so Runda ist beendet versteckt sich Ecklein Ecklein das muss versteckt sein ja so wir füllen jetzt die Ziele aus die natürlich gefolgt sind ja und dann ok ja manchmal ist das bisschen komisch für die Spiele aber wenn ich ehrlich bin hier juckt mich nicht so sehr wir haben hier noch einen eins drei ok und der ist da hinten der ist gerade unwichtig ok der bewegt sich nicht ich muss hier noch dieses hier rein wenn er sich da bewegt egal soll er kommen soll er kommen ich werde mir ich glaube Walaskis kann am weitesten gehen dann soll er mal hier nach vorne und er hat Heilung das ist gut so haben wir ein bisschen Schutz gleich falls irgendetwas ist ja im Bewegmiento hingehen und Primo geht jetzt voran und dann passt er schon weil er hat drei Gegenangriffpunkte so könnten die mich hier drinnen treffen ja könnten die egal ich verstecke mich erstmal hinter der Schubkarre läuft oh 22% Chance wir machen beenden Runde mal gucken ob er was macht macht er nicht ok gut 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 hab kein Problem damit wir verstecken uns holen uns ein bisschen Schutz und 4 Schaden mal gucken was er jetzt macht ok 1 hat er noch Schaden ok und er ist down down by contact down by contact amigo so wir haben noch achso sorry 1-2 Gegner können wir hier das hier werfen hat er zwei Schaden dann könnte ich zur Not eine Kontraattacke ausführen und ja ach egal wir sind boah es versteckt sich aber das heißt ach egal kommt auf Wiedersehen wir haben sogar den da hinten getroffen ok gut ja ja wiedersehen so weil wir ja schlau sind wir holen uns einfach die Sachen hin dann habe ich es doch geschafft jetzt oder ok Mission abgeschlossen easy peasy going ok jetzt habe ich es auch gecheckt was ich immer machen muss Hauptsache diese Dinger wir haben glaube ich keine Verletzten die Mission ist auf easy gelaufen wir haben 11.000 oder so plus gemacht und ja wir haben keine ich glaube perfekt ich glaube wir haben ein bisschen Leben mit Dings verloren Primo ansonsten waren die anderen alle da hinten ok vielleicht sogar besser gar nicht mit so vielen zu spielen sondern nur mit zwei dreien aber es hat immer Risiko sodass einer optimal Digga ey Digga 21.000 die 10.000 die ich investiert habe guck Killer plus 1 plus 1 alles entspannt ok Leute ich werde das jetzt folgendes so weitermachen ich werde beim nächsten mal aufnehmen wenn ich wieder bei der Hauptmission bin damit ihr wieder mehr Spannung habt und so und ich kann ein bisschen entspannter spielen ein bisschen was ausprobieren und hier und da ohne euch so groß zu nerven finde ich ok wenn ihr wollt dass ich alles spiele noch danach dann ganz schön in die Kommentare schreiben und ja sagt mir das oder schreibt mir auf Instagram steht unten im Link Samirohit oder 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 bei Facebook ist auch alles gerne gesehen ich wünsche euch alles Gute Peace up ey down bis dann haut rein und hört auf zu klauen haha ja